Ihr sucht ein Boot oder ihr seid interessiert, in Zukunft euch ein Boot zuzulegen und ihr seid interessiert an der Bootsangelei, dann stelle ich euch jetzt hier etwas vor. Und zwar, die meisten von euch wissen es schon, wir bauen schon seit einigen Jahren mit viel Erfolg Schlauchboote. Wir waren die Ersten, die zum Beispiel Böden in der Bootsfarbe gemacht haben. Wir waren die Ersten, die Innovationen wie zum Beispiel den Schutz, die Plate an der Heckseite des Spiegels gemacht haben. Somit das Holz nicht mehr verkratzt, wenn die Echolothalterung angeschraubt wird. Wir waren mit einer der Ersten, die die Nase erhöht hat und und und. Aus all diesen Erfahrungen, aus all den Werten, die wir über die Jahre gesammelt haben und auch durch eigenes Angeln, durch eigenes an großen Seen sein, an kleinen Seen sein, was braucht man wirklich, hat sich im Laufe der letzten Jahre immer mehr herauskristallisiert, was fehlt noch an dem Boden, was gibt es am Markt nicht, was benötigt jeder Angler und das haben wir umgesetzt. Wir haben jetzt hier aus der Praxis heraus wirklich Boote geschaffen, die es so am Markt bei keinem Hersteller gibt. Wir haben ein Preis-Leistungs-Verhältnis geschaffen, das auch akzeptabel ist im Vergleich zur Qualität des Bootes und ich möchte euch jetzt hier diese Boote mal im Detail vorstellen. Wir haben uns bei der Fox X-Boat Serie auf folgende Modelle geeinigt, und zwar auf vier Stück. Es gibt zum ersten ein ganz kleines, leichtes, aber extrem robust und auch stabiles Fox 200 X, ein 2 Meter Boot. Dann haben wir das Fox 240 X, ein 2,40 Meter Boot, wie der Name schon sagt. Absolutes Top-Modell in unserer Serie. Es ist das beliebteste Boot überhaupt. Dann haben wir das Fox 290 X, ein 2,90 Meter Boot, für die schon schwerere Angelei. Und dann haben wir natürlich das Fox 320 X, ein 3,20 langes Boot, für die absoluten Raugewässer. Hier werden alle Bedingungen abgedeckt, hier könnt ihr alles mit angeln. Es ist das sicherste Boot am Markt, was allerdings tatsächlich auch für die anderen Größen gilt. Und das erkläre ich euch jetzt und auch die Unterschiede dazu. Was alle unsere Boote von Anfang an schon mal als allererstes vereint, ist eine komplett neue Farbe. Eine Farbe, die es nur bei Fox gibt. Ihr werdet das sehen, wenn ihr es vergleicht mit den herkömmlichen Booten, die aktuell am Markt erhältlich sind, dann habt ihr einfach ein dunkleres Oliv bei den normalen Booten, diese Standardfarbe. Und wir sind hier mehr in unser Karkiton gegangen, dass es gleich ist mit unseren Zelten, gleich ist mit Taschen, mit Materialien und so weiter, dass sich diese Range komplettiert und auch so ein bisschen eine Symbiose bildet. Das vereint schon mal alle Boote und ist komplett am Markt einzigartig, denn das hat noch keine Hersteller gemacht. Dann vereint noch Folgendes. Wir haben an jedem Boot, und das ist auch eine Weltneuheit, haben an jedem Boot eine eigene Kecherhalterung direkt am Boot befestigt. Das ist ein langer Velcro-Klettverschluss. Nein, er nutzt sich nicht ab. Es ist ein Outdoor-Erprobter Velcro, der wirklich robust ist, der über lange Zeit getestet wurde. An jedem unserer neuen Boote. Wir haben natürlich auch die komplette Farbauswahl so getroffen, dass ihr dieses Mal die Griffe in grün habt, die Reling in grün. Ihr habt die Sitzbänke in grün. Auch in demselben Kaki-Grünton, in dem wir auch die Außenhaut machen. Das ist auch eine Neuheit, das gab es vorher auch noch nicht. Und, was ganz Spezielles, alle Heckspiegel sind auch in der Bootsfarbe lackiert. Das heißt, ihr habt ein komplett stimmiges Boot. Klar, ein paar Accessories wie Paddel, Paddelhalterung usw. haben wir mit Absicht in schwarz gelassen, um so ein bisschen vom Detail her einen Effekt, einen optischen Effekt reinzubringen. Des Weiteren vereint alle Boote natürlich, jedes Boot ist erhältlich mit einem Airdeck, also einem Luftboden. Auch dieser Luftboden ist natürlich in der Bootsfarbe. Wie soll es auch anders sein? Was vereint alle Boote noch? Ihr seht schon, wenn ihr hier drüber schaut, die Winkel sind extrem hoch. Wir haben also die gesamten Nasen der Boote nochmal angehoben. Warum? Man fragt sich's. Manche denken, oh, kriegt das Boot weniger Stabilität, weil weniger im Wasser liegt? Nee, eben nicht. Denn, dafür haben wir auch gesorgt, haben auch was unternommen, dass die Boote viel mehr Stabilität wie jedes andere Boot am Markt hat. Die Nasen sind aus dem Grund angehoben, ihr habt im Wind und bei Wellengang einfach eine bessere Manövrierfähigkeit. Rudert ihr mit einem Standard-Schlauchboot, gibt ja viele Schlauchboote aktuell, die eine normale Nase haben, also ein normales Schlauchboot, das auch schon für zum Karpfenangeln gemacht worden ist, wo ja meistens nur die Farbe anders ist und die Breite, dann habt ihr ganz oft das Problem, solltet ihr rudern, werden euch immer wieder die Wellen dagegen hauen. Zwei Nachteile. Erstens, ihr werdet langsamer, es stößt euch immer wieder zurück. Und zum Zweiten natürlich, ihr werdet nass am Rücken. Klar, ihr kommt auch einfach nicht so gut voran, das ist einfach ein Riesennachteil, diese flachen Nasen. Sehen gut aus, alles keine Frage, aber das hier ist extra so für die extremsten Bedingungen gemacht und funktioniert in jedem Gewässer weltweit. Was noch alle Boote vereinigt ist, das sieht man hier auf der Seite ganz schön, alle Zapfen. Wir sind bei unserem runden Design geblieben, haben aber das runde Design verlängert. Und diese Verlängerung ist praktisch tatsächlich diesmal auch eine Verlängerung vom Zapfen. Und hierdurch kommt ein ganz entscheidender Faktor. Und zwar, alle Boote werden massivst stabiler und viel, viel besser in der Balance im Wasser. Heißt, die Kombination aus Nase, die Kombination aus den Zapfen ergibt ein Fahrverhalten und eine Balance, wie ihr sie selten findet. An keinem Boot bisher, das ich gefahren bin, habe ich es gefunden. Sagen wir es mal so. Wir haben mit Absicht die Zapfen breit gelassen, mit Absicht etwas tiefer. Dadurch gibt es 5 cm kleineren Innenraum, sind wir ehrlich. Es macht uns beim Karpfenangeln nicht so viel aus. Ja, wir transportieren viel, aber die Boote sind so stabil, wir können es ein bisschen höher stapeln. Diese 5 cm gibt uns so viel mehr Sicherheit, dass wir gesagt haben, es ist uns wert, diesen Weg zu gehen. Denn das unterscheidet die Boote vom Fahrverhalten und von der Sicherheit enorm zu anderen Booten am Markt. Was vereint sie noch alle? Es vereint sie noch alle die Backplate, diese neue Platte am Heckspiegel des Bootes, die praktisch dazu dient, dass die Echoloth-Halterung sauber, sicher und fest verschraubt ist und auch keine Kratzer in das Holz macht. Selbstverständlich. Und diese Backplate ist diesmal anders gemacht, denn ihr werdet es sehen, oder ihr wisst es ja schon, Wir haben eine neue Echoloth-Halterung im Programm, die sehr breit ist, sehr stabil, super robust, ganz schnell einsetzbar, die eigentlich unkaputtbar ist und die hat genau die Breite wie diese Platten. Also sind die Platten komplett verbreitet worden. Vorher war es ja nur so eine schmale, weil früher hat man diese normalen Echoloth-Halterung gekannt mit einer Schraube dran. Jetzt hat man breite Halterungen, dass man im Wellengang einfach eine bessere Befestigung hat für die Echoloth-Halterung. Und deswegen sind sie verbreitet worden. Was haben wir noch im Programm? Und zwar, wenn ich jetzt mal euch die Unterseite zeige, seht ihr schon hier von vorne bis hinten richtig dicke Rubber-Pads. Hier kann nichts passieren. Ihr seht, der Kiel, der tief ins Wasser ragt, um die Fahrstabilität sauber zu erhalten, ist auch gesichert. Und diese Pads, ihr seht das an den Zapfen, ich drehe es mal kurz, sind etwa 5 bis 8 cm überlappend hoch zum Ringen. Das heißt, in dem Moment, wie oft kippe ich mal mein Schlauchboot an, wie oft ziehe ich, wie oft ist es mit der Nase zum See, mit dem Ufer am Wasser und reibt an der Böschung. Passiert hier alles nicht mehr oder sollte es passieren, passiert eurem Schlauchboot nichts mehr. Das hat natürlich jedes Schlauchboot, selbstverständlich, aus der Range. Natürlich den umlaufenden Scheuerstreifen hat auch jedes Schlauchboot. Und so hat aber, zum Beispiel, wie die folgenden Merkmalen, noch jedes Schlauchboot einige Details für sich. Wie zum Beispiel hier beim 2-Meter-Boot. Wir haben hier zwei Velcros auf jeder Seite, in die ihr den Kescher einkletten könnt. Ihr macht den Velcro auf, zu, Kescher hinten drin, das gleiche vorne, macht ihr am Kescherkreuz oder in einem der Arme oder unterhalb vom Block. Und dann hält es perfekt. Macht ihr es am Kescherkreuz, kleiner Tipp, bleibt er stabiler auf dem Boot der Kescher und kippt weniger. Wir haben mit dem 2-Meter Folgendes erreicht. Ihr könnt es sehen, die Paddel sind so rum, aber um schnell loszufahren, möchte man ja das Paddel natürlich so rum haben. Also könnt ihr es auch in der Position einklippen. Ihr seht, es ist auch dafür optimal geeignet. Was das Ganze noch unterscheidet, das 2-Meter-Boot ist das einzige Boot mit einer Holzsitzbank. Und die Holzsitzbank ist nicht ohne Grund, denn ihr sitzt einfach hier zwei Zentimeter höher, wie auf einer Aluminium-Sitzbank. Und das wiederum gibt euch den Vorteil, dass ihr einfach einen Tick mehr Bodenfreiheit habt und die Beine nicht ganz so angewinkelt. Wir haben, und das ist auch ein entscheidendes Merkmal, die Ringe des 2-Meter-Schlauchboots auch verbreitert. Und zwar auf 38 Zentimeter. Ihr seht das schon, wie ich sitze. Man hat viel mehr Stabilität, das Boot hat eine ganz andere Balance. Dieser verbreiterte Ring in Kombination mit der höheren Nase, in Kombination mit den anderen Zapfen, die geändert wurden, macht dieses Boot so viel stabiler. Stabiler wie jedes andere Boot am Markt und vor allem auch stabiler wie bisherige Boote, die ich gefahren bin. Ich fühle mich in diesem Boot super sicher, kann perfekt navigieren. Was das 2-Meter- und das 2,40 noch unterscheidet von den anderen Serien ist, ihr seht den Haltegriff vorne unterhalb der Nase. Da habt ihr euer Seil dran, da könnt ihr es ziehen und so weiter. Ist bei den kleineren Booten aus Kunststoff, Glasfaser verstärktem Kunststoff. Haben wir aber schon die ganzen letzten Jahre gehabt, ist etwas leichter, ist trotzdem stabil genug, für diese Bootsgröße und für dieses Bootsgewicht zu halten, selbst im vollgeladenen Zustand und reicht völlig aus. Natürlich anders bei den großen Booten. Da haben wir das aus Edelstahl gemacht, selbstverständlich. Wir verwenden seit vielen Jahren auch schon unsere bewährten Ventile an jedem unserer Schlauchboote. Und jedes der Ventile ist ausgestattet mit einem Abdeckring oder besser gesagt eine aufgeklebte ringende Umrandung, auf der steht, wie viel Bar maximal auf die Boote dürfen. Somit seid ihr immer auf der sicheren Seite und könnt eure Elektropumpe einfach auf die richtige Barzahl einstellen. Lasst die laufen und dann ist das Boot von selbst aufgepumpt. Noch kurz, alle diese Boote beinhalten seit Neuestem einen V-Keel. Vorher war das zwei Meter ohne. Das V-2 Meter kam lediglich mit einem etwas dickeren Gummistreifen, Rubber-Keel, auf der Unterseite, dass man so ein bisschen die Navigation halten kann. Ist jetzt hier anders, es fährt in Spur, wie es soll. Es hat die gleichen Kiele in der gleichen Prozentzahltiefe eingebaut, wie auch die großen Boote. Ein Merkmal, das nur Fox-Boote vereint, ist des Weiteren die geteilte Sitzbank-Rail. Praktisch die Schiebeleiste, auf der ihr die Sitzbank variieren könnt. Jetzt gab es viele Kommentare, warum ist die geteilt? Macht doch gar keinen Sinn. Habt ihr gespart? Nee, es macht Riesensinn, denn zum Teilen haben wir die deshalb gemacht. Ihr sitzt zu 90 Prozent in diesem vorderen Bereich vor den Ruder-Dollen, Richtung Nase hin. In dem mittleren Bereich werdet ihr nie sitzen. Also es gibt keinen Grund, dort zu sitzen, man kann nicht rudern. Aber wo man es oft noch hat, ist in dem hinteren Bereich. Und zwar hier, um entweder tatsächlich hinten drauf zu sitzen und vorwärts zu rudern. Das macht man manchmal. Oder tatsächlich hier drunter seine Koffer, Futter, Eimer, Sonstiges zu haben. Und auf der Sitzbank hier hinten sein Echolot zu haben. Gibt auch viele, die so agieren. Weiteres Argument ist, ihr seid wesentlich schneller mit dem Montieren. Ihr müsst sie nicht mehr komplett durchschieben an ein anderes Ende. Ihr fangt entweder hier an, schiebt sie auf, fertig. Das Gleiche gilt für hinten. Und jetzt kommt ein Hauptargument, das immer wieder wichtig ist. Wenn man zum Beispiel ablegt vom Boot und seitlich sitzt, das gilt gerade für größere Boote, und seitlich auf dem Ring sitzt, dann hat man immer eine gewisse Belastung. Also das Boot kommt immer so leicht zu einem auf die Seite. Hat man Spritzwasser, regnet es, läuft das gesamte Spritzwasser von hier und von hier vorne, diese komplette Rail hinter, exakt auf die Position, wo man sitzt. Und man sitzt immer, immer im Nassen. Bei Regen genau das Gleiche. Klar sagt man, es regnet ja von oben. Ja, das stimmt. Aber alles Wasser läuft hier zusammen und würde auch jetzt wieder auf die Hose laufen. Und man würde immer im Nassen sitzen. Das passiert hier nicht mehr. Wasser läuft ab, jeweils nach innen und nach außen. Das ist auch ein Hauptaspekt, ein Argument, warum wir das gemacht haben. Was alle unsere Boote vereint, im Gegensatz zu allen anderen Booten am Markt. Klar haben wir natürlich selbstverständlich auch ein Ablassventil. Und wie es sich gehört, gehört der Stopfen nicht mehr nach außen an einem Seil. Denn wie oft hat man den damals verloren? Er kam mal in die Schraube oder irgendwas ist passiert damit. Das gehört natürlich nach innen. Und deswegen haben wir einen sauberen Schieberegler, den man von innen selbst öffnen kann. Und somit hat sich die Sache und ist immer gut geregelt. Das Fox 240X, das 290X und das 320X vereint noch folgende Punkte. Wir haben hier auf der Vorderseite nur rechts und links vorne diesen Landing Net Velcro. Also praktisch die Halterung für unseren Kescher. Denn auf der Rückseite haben wir an all diesen Booten längere Zapfen durch die Stabilität. Und hiermit könnt ihr in den Haltegriff, in den Tragegriff, euren Kescher hinten befestigen und vorne mit dem Velcro festmachen. Und dann brauchen wir auf der Hinterseite keinen Velcro, sondern wir umgehen das mit dem Haltegriff. Des Weiteren haben wir natürlich Aluminium-Sitzbänke verbaut beim 240X, beim 290X und auch beim 320X. Hier geht es so ein bisschen um Gewicht, dass man sagt, man versucht so leicht wie möglich zu produzieren, weil der Angler ja dann auch irgendwie die Sachen transportieren muss. Klar, apropos Aluminium. Selbstverständlich haben unsere Airdecks auf der Unterseite Aluminiumverstärkung. Beim Fox 2,0m X haben wir die Aluminiumverstärkung vorne, genau wie auch hier beim 2,40m X. Da ist sie in etwa in dieser Höhe. Somit habt ihr, hinten ist es eh sehr stabil durch den Spiegel. Und somit habt ihr hier vorne, weil es so eine lange Auflage ist des Luftbodens, nochmal zusätzlich Stabilisierung. Solltet ihr mal stehen, solltet ihr mal nach vorne gehen müssen. Anders bei den 290ern und 320ern. Hier ist es so, dass die Airdecks ausgestattet sind mit jeweils zwei Plates, Aluminiumplatten von unten. Somit habt ihr eine ganz extreme Stabilität hinten in dem Bereich und auch vorne. Unser 2,40er Modell ist diesmal ausgestattet mit etwas längeren Rudern. Somit habt ihr viel mehr Kraft und einen viel längeren Hub und seid viel schneller unterwegs für die Jungs unter euch, die gerne rudern. Und wir haben die Ruder-Dollen etwas nach außen gesetzt. Somit habt ihr noch den Vorteil, dass ihr nicht mehr auf den Rudern sitzt oder nur noch ansatzweise und nicht mehr mittig drauf, wenn man mit dem E-Motor fährt. Das gilt übrigens für die gesamte Range. Und jetzt haben wir das verbessert, um einfach ein besseres Fahrgefühl, Fahrkomfort, Sitzkomfort zu haben und ist somit auch erwähnenswert. Und jetzt kommen wir zu den absoluten Topmodellen, zu den zwei Flaggschiffen im Sortiment und zwar das Fox 290X und das Fox 320X. Beide dieser Boote werden geliefert mit einer Aluminium-Sitzbank. Beide dieser Boote haben natürlich wahlweise den Airdeck-Boden oder auch wahlweise einen Aluminium-Boden. Und Achtung, auch der Aluminium-Boden hat die eigene Fox-Farbe, also nicht mehr schwarz, sondern in Fox, in unserem Kaki-Grün, das alles stimmig aussieht. Der Aluminium-Boden hat eine weitere Neuheit und zwar wir haben eine Befestigung für eine Tankhalterung angebracht. Somit könnt ihr, wenn ihr einen Benziner fahrt, der übrigens bis 20 PS zugelassen ist, also die Boote sind bis 20 PS zugelassen, könnt ihr den Benziner eures Motors dort befestigen auf dem Boden. Der ist rutschfest angebracht, macht keine Kratzer mehr im Boden, da eine Auflage da ist und den Boden davor schützt. Und der Tank ist sicher und fest verankert. Wir haben noch folgende Merkmale. Wir haben ein paar Sachen an der Stabilität geändert, an Halterungen geändert, wie zum Beispiel, wir haben auf der Rückseite an den Zapfenenden jeweils auf jeder Seite einen D-Ring angebracht. Der D-Ring, den könnt ihr nehmen, wenn ihr mal das Boot verankern wollt, aber es erleichtert euch auch in vielen, vielen Situationen euer Leben. Zum Beispiel, ihr habt das Boot etwas weiter draußen geankert, ihr lasst es mit dem Wind treiben, gebt etwas Seil, bindet dieses Seil hier hinten fest oder macht gerade einen Karabiner rein, zieht das Boot wieder bei, Seil habt ihr natürlich am Ufer fest und so könnt ihr immer agieren und seid ganz, ganz flexibel. Also auf beiden Seiten, bei beiden Booten ein Metall-D-Ring. Dann haben wir auch natürlich wieder unsere Platten, aber neben den Platten auf der Rückseite haben wir hier unten den Spiegel und die Spiegelhalterung noch zusätzlich mit starken Edelstahlschrauben befestigt und verbunden. Somit habt ihr nicht mehr ein Spiel, das entstehen kann und Kleber, der sich lösen kann, da die Edelstahlschrauben den Spiegel an der Befestigung halten und das Ganze zusätzlich nochmal geklebt ist. Aufgrund der Breite, aufgrund der Länge, aufgrund dieser Befestigungen haben wir jetzt erstmal die Möglichkeit, erstmals die Möglichkeit, diese Boote mit 20 PS zu motorisieren. Und jeder, der weiß, wie schnell ein Schlauchboot mit 15 PS ist, der wird sich vorstellen können, wie schnell es mit 20 PS ist. Und wie schnell es mit 15 PS fährt und wie gut, das könnt ihr ja in unserem Video jetzt sehen. und gerne noch ein Schlauchboot mit 20 PS. Alle unsere Fox-X-Boote werden geliefert mit einer neuartigen Doppelhubpumpe, die richtig viel Volumen und auch schnell Volumen ins Boot bringt. Hier oben ist ein Druckmesser auf der Pumpe angebracht, somit seht ihr auch immer, dass ihr nicht den angegebenen Druck überschreitet. Solltet ihr nicht mit der Automatikpumpe unser Boot aufpumpen wollen, alle Boote werden geliefert mit einem Repair-Kit. Dieses Repair-Kit hat natürlich den neuartigen Schlüssel. Das ist der Schlüssel, über den ich vorhin gesprochen habe. Solltet ihr mal Luft verlieren, probiert als allererstes die Innenventile nachzuziehen. Kann sein, dass die sich mal lösen. Und wer möchte, kann natürlich den Überdruckventilschlüssel verwenden, um das Überdruckventil einzustellen. Das ist einfach hier auf der Rückseite des Schlüssels. Dann habt ihr natürlich Kleber dabei, natürlich Flicken dabei, alles in Bootsfarbe. Das wird mitgeliefert und eine Ankerbefestigung mit Elastik. Ihr seht es, hier habt ihr die Auftriebsfloat, hier habt ihr einen Schnellmechanismus, den ihr vorne festmachen könnt. Ihr könnt hier euren Anker dran machen, Ankerseil, Ankerkette oder Direktanker, könnt euer Boot so mit befestigen. Es hat immer leichte Dehnung, es zieht den Anker also nicht ganz so schnell weg und ihr kriegt das ganz mit einem Zug nach unten, kriegt ihr es gelöst und das Boot ist frei. Die führen wir gratis mit. Selbstverständlich hat jedes Boot und auch jeder Boden eine eigene Umpackung, eine eigene Hülle, die sehr groß ist, so dass ihr wirklich Luft habt, dass ihr das Boot nicht mehr ganz so eng und klein zusammenpacken müsst, sondern dass ihr es ganz einfach und sicher reinbekommt. Und somit euer Schlauchboot, euer Foxx Schlauchboot, sauber und gut transportieren könnt. Das waren unsere Foxx Boote, unsere neue Bootserie und ich hoffe, ich konnte sie euch etwas näher bringen. Ich hoffe tatsächlich euch gefallen die Boote genauso gut wie mir. Ich bin super überzeugt. Ich fahre die Muster schon fast zwei Jahre mittlerweile, bin die am Testen, am Ändern, am Variieren und und und. Und schaut sie euch an, vergleicht sie mit anderen Booten. Wir sind überzeugt, es ist die beste Serie, die wir jemals im Sortiment haben und wenn nicht sogar, ist es die beste Serie, die überhaupt am Markt erhältlich ist. Unsere Foxx Boots. jammer 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 jetzt Tschüss Tschüss TOP